Hast du schon einmal davon gehört, dass man in der TCM im Kreis kochen soll? In der traditionellen chinesischen Medizin gibt es ja einige Kochbücher, die heißen auch 5 Elemente Kochbücher und die Rezepte dort sind oft in einer bestimmten Abfolge aufgeschrieben, in welcher man die Zutaten dazu gibt und das nennt man im Kreis kochen. Ich möchte heute kurz erklären, was das ist und warum du es gleich wieder vergessen kannst, außer du hast Lust darauf auszuprobieren, weil es überhaupt nicht notwendig ist. Aus meiner Sicht ist es genau so etwas von den Dingen, die die TCM Ernährung unnötig kompliziert macht und etwas, was absolut nicht notwendig ist, um sich nach TCM zu ernähren, um Beschwerden zu verbessern, mehr Energie zu haben, bessere Verdauung, sich wohler zu fühlen. Für all das brauchst du nicht im Kreis kochen. Wenn du es aber machen willst, hör mir gerne kurz zu, wie ich es erkläre, probiere es aus. Es ist ein Tüpfelchen auf dem i. Man kann es ausprobieren, wenn man Lust hat, wenn man gerne kocht, wenn man gerne experimentiert, aber es ist absolut nicht notwendig. Das möchte ich dir in diesem Video unbedingt mitgeben, damit es noch leichter für dich werden darf und kann, nach der TCM zu kochen und dir etwas Gutes zu tun. Ich bin Katharina und ich helfe Menschen, die für sie optimale Ernährung nach der TCM zu finden. Es gibt die fünf Elemente und diese sind alle miteinander verbunden, unter anderem im Fütterungszyklus oder Mutter-Kind-Zyklus. Das heißt, jeweils ein Element ist die Mutter vom nächsten und jedem Element ist ein Geschmack zugeordnet. Beispiel. Oder ich sage dir mal alle fünf Elemente und welche Geschmäcker dazugehören im Fütterungszyklus. Mais fangen wir mit der Erde an. Das ist der süße oder natursüße Geschmack. Zum Beispiel, indem wir Olivenöl oder Butter in eine Pfanne geben und schmelzen lassen. Dann kommt das Metall-Element. Erde füttert Metall. Das ist der scharfe Geschmack. Das sind die meisten Gewürze. Da geben wir Gewürze dazu, zum Beispiel. Dann kommt das Wasserelement. Das ist der salzige Geschmack. Also Metall füttert Wasser. Das heißt, als nächstes geben wir etwas Salz dazu, zum Beispiel beim Kochen. Dann kommt das Holz-Element. Wasser füttert Holz. Das kann man sich am leichtesten erklären vielleicht, weil wir gießen mit Wasser die Pflanzen, die Bäume, das Holz, damit es wächst. Also das ist Wasser füttert Holz. Das ist ganz gut verständlich. Salzig war Wasser. Und als nächstes kommt dann vom Holz-Element der saure Geschmack dazu. Zum Beispiel, wir geben etwas Essig oder Zitrone dazu oder auch Tomate. Das gilt auch als sauer. Und dann kommt noch das Feuerelement. Holz füttert Feuer. Holz ist die Mutter vom Feuer. Das kann man sich auch ganz gut vorstellen. Das heißt, ein Feuer. Damit ein Feuer brennt, braucht es genug Holz. Das heißt, nach dem sauren Geschmack kommt noch der bittere Geschmack dazu. Bitter gehört zum Holz-Element. Und dann fangen wir wieder von vorne an. Bitter ist zum Beispiel Kurkuma oder bittere Kräuter. Was auch immer dir da einfällt. Es gibt natürlich deswegen die ganzen Tabellen, auch wenn man nachschauen kann, was gehört zu welchem Geschmack. Aber Tipp, einfach hinschmecken, wie schmeckt etwas und dann weißt du schon, ob es bitter oder scharf oder süß ist. Und dann kannst du wieder von vorne anfangen. Dann kommen vielleicht süße Karotten dazu. Dann kommen nochmal andere Gewürze dazu und so weiter. Und der Sinn von dem Ganzen soll sein, dass das Gericht dadurch ausgewogener und bekömmlicher wird. Und du adressierst dadurch alle fünf Elemente und damit alle fünf Organe oder Funktionskreise. Also Magen, Milz für die Erde, Lunge fürs Metall, Nieren fürs Wasserelement, die Leber vom Holzelement und das Herz vom Feuerelement. Und der Geschmack, mit dem du aufhörst, mit dem kannst du dann noch speziell sozusagen dieses ausgewogene Gericht zu diesem Organ schicken. Also wenn du mit Bitter aufhörst zum Beispiel, dann hat es einen speziellen Bezug zum Herzen. Und dadurch soll es noch bekömmlicher werden, ausgewogener und du kannst es noch irgendwie spezieller adressieren. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht, das ist überhaupt nicht notwendig. Du kannst es auch alles gleich wieder vergessen. Außer es macht dir Spaß, dann probier es gern aus. Schreib mir in den Kommentaren unten von deinen Erfahrungen. Bei mir ist es so, ich mache es ab und zu, aber nicht immer. Es gibt dann noch so Spezialitäten, wie zum Beispiel, dass heißes Wasser zum Feuerelement gehört, kaltes Wasser aber zum Wasserelement. Oder dass, wenn du zum Beispiel noch einmal zurückgehen willst, also wenn du zum Beispiel Gewürze vergessen hast, dann kannst du noch einmal ein Element zurückgehen und dann wieder weitermachen. Also man kann, Beispiel, du gibst Kümmel dazu vom Metallelement und dann Salz und dann fällt dir ein, ups, ich habe vergessen noch den Koriander dazu zu geben. Dann gehst du wieder zurück, gibst du Koriander dazu und dann noch einmal ein bisschen Salz. Also immer, dass alles in der richtigen Reihenfolge ist. So, also wenn dir das so kompliziert erscheint, dann hallo, du bist nicht alleine. Ich kann dich voll gut verstehen und ich finde es, wie gesagt, unnötig abschreckend, unnötig kompliziert. Vor allem, wenn man neu in der TCM ist, wenn du schon länger dabei bist und Lust hast, wieder was Neues zu probieren, dann probiere es aus und schau, ob du den Unterschied merkst, ob es besser schmeckt, ob es bekömmlicher wird und so weiter. Aber nimm das bitte nicht zu ernst, lass dich nicht davon abhalten, einfach die TCM-Erneigung auszuprobieren. Am wichtigsten ist überhaupt zu kochen, mehr zu kochen, frische Zutaten zu verwenden, mehr Gemüse zu verwenden zum Beispiel und weniger Brotmahlzeiten zu essen und diese Sachen. Ein gekochtes Frühstück mal auszuprobieren, das ist alles viel wichtiger als im Kreis zu kochen. Also, ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen helfen. Wenn du tiefer in der TCM eintauchen willst, komm doch gerne in mein Online-Programm Trust Your Body. Drei Monate lang findest du deine typgerechte Ernährung nach TCM mit Diagnose-Fragebogen und viel mehr. Du kannst jederzeit beginnen, den Link blende ich ein. Danke fürs Zuhören und bis bald!